Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARC-Spezial-Arena. Hä? Ja, unten sind alle hier in der Kammer drin und ich würde sagen, wir legen euch direkt weiter los. Moin Moin! Heißt also heutzutage ARC-Spezial-Arena. Okay, das wusste ich noch nicht. Hallo! Für mich ist das ARC-Spezial-Arena. Hallo! Moin Moin! Moin Moin! Ist ja alles im Arsch, ey. Ey, bei mir ist fast alles im Arsch, Kenneth. Oder Arsch-Arena, können wir auch sagen. Arsch-Ana. Ich hab noch was für dich, wenn du Rüstung brauchst. Was denn? Was brauchst du für Rüstung? Ich hab noch ein bisschen was dabei. Das einzige was bei mir ganz ist, ist meine Hose und mein Helm. Und mein Schild. Füße! Füße! Hat jemand noch Füße? Nee. Hat jemand Hände abzugeben? Hände? Füße! 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 Oh, hier! Da! Ich komme! Füße! Ihr Lieben! Euer Bonus-Loot! Warte mal! Warte mal! Oh Mann! Warte, warte, warte! Wir sagen doch, Geduld zahlt sich früher oder später aus. Meistens später. Mach das Schild, macht keinen Sinn. Hallo! Hallo! Ich will hier nix! Ich will hier nix! Ich wollte aus Langeweile in die erste Reihe! Boah, Alter! Gleich! Ähm! Noxy, bleib doch mal ganz ruhig! Der, der den Komposivfogen genommen hat, soll doch die Pfeile nehmen! Das wäre schlau! Ja, eigentlich schon! Also gut! Der kann auch Steinpfeile verschießen! Aber... Onkel! Hier liegt doch deine Zuckerstange! Oh, das sind ja andere Pfeile da eben! Moin! So, ich bräuchte trotzdem noch... Da will nämlich mal die Pistole! Ich bräuchte trotzdem noch Schuhe! Ach, hab ich ja schon! Eine Tiefe! Hier! Wenn's noch eine Rüstung braucht, ich hab noch diverse Flak-Rüstungen dabei! Mein Held! Na, wohl, der reicht noch! Ist schon alles! Wenn du noch ein Handschuh hättest! Äh... Wenn du noch ein Handschuh hättest! Pack einfach mal hier! Äh... Dynamo Füße und Hände! Ah, mein Gott, ey! Mein Gewicht! Mein Gewicht! Äh... Dann hab ich nur noch ein Paar! Das hab ich gerade reingepackt! Ja, das solltest du noch mal nehmen! Könnt ihr mal rein? Könnt ihr mal bitte aus der Tür aus... Danke! Och! Leute! Hahaha! Ich kann mich kaum bewegen, ey! Weil ich so schwer berüst bin... Janik! Nächstes Mal erstellst du dir Gimli! Ganz ehrlich! Was denn? Oh, hier mal noch Pfeile! Äh... Ich warte jetzt erstmal... Oh Gott! Äh... Ihr sagt Bescheid, wenn's weitergeht, gell? Ja, ja! Boah! Ich tu mal hier... Ich tu mal hier Granaten rein, nochmal in die Kiste, wer die haben will! Bitteschön! Ist das ja auf einmal so warm hier im Gebiet, ey! Was denn los? Ich hab doch gewichtsmäßig... Ich hab doch gewichtsmäßig... Ich hab doch gewichtsmäßig... Bin ich doch noch gut! Warte... Warte, ich tu mal hier noch in die Kiste noch so ein Trink... 2 Trinkflaschen da rein! Nimm dir mal irgendjemand mit! So, okay... Ich kann immer noch halt rein, das gibt's doch gar nicht! Nö... Nö... Ich tu das mal... Ich tu das mal rein lehnen, ja! Hinter der Wand! Weil ich hab's... Ich benutzt sowieso kein Schwert und benutzt sowieso kein... Geht sofort los! So, okay, jetzt bin ich zufrieden! Ich hab dem mal was gegeben... Ich hab keinen... Bei mir... So... Ich hab bloß... Scheiße, den Speer hatte ich natürlich gehabt... Den hab ich jetzt natürlich weg... Naja, hab ich Feierbogen... Egal... Sag mal, könnt ihr mal offen mit dem Scheiß... Ihr verballert die ganzen Pfeile hier auf Vollpfosten! Das ist echt besser als Speer! 140... Na ja, Pfeile... Vorstell'n... Also wegen mir können wir weiter... Sonst noch jemand! Ja, wegen mir auch! Ja... Und ich hab alles dabei! Ja... Also wenn einer was braucht... Soll ich hab alles drin? Du hast nur Gewicht getrimmt die ganze Zeit... Ja, na klar! Oh, der nächste Loot! Hm... Ja, wo du was weißt! Ja, es war ja... Es war ja ein Bonus-Loot! Hättet ihr die Kompis am Leben gelassen, hättet ihr den Loot nicht bekommen! So oder so nicht! Handschuhe! Das nehm ich schon noch mehr! Oh... Ah... Ist das schon wieder weg? Das gibt's doch gerade! Okay, da war ich zu langsam! Oh... So... Will jemand das Schild haben? Nö, nimmst du ruhig! Aber ich glaube jetzt dürften vielleicht welche sterben. Woher steht gerade Zebeltantiger, das ist doch bei Nero, oder? Ach nee, nee, nein, kein Saber, oh Gott. Jetzt werden vielleicht Leute sterben. Alles klar, aber, denk dran Kinders, wir kriegen jetzt nur eine Probe Kissen, wer wird die mit den Candyclubs kloppen. Also, rein da. Was? Lass den Dynamo mal vor, damit die sich Satz fressen können. Genau, Dynamo geht vor, da hat ja hier noch eine Challenge laufen. Und wenn er sich die ganze Zeit hinten auffällt... Hey, Hormann, lass mich mal dran. Ich sehe, ihr seid alle fertig. Ja, komm. Toad den Sabertooth. Nein, Dynamo, komm, hopp. Mach zu, mach zu. Ach. Oh scheiße, ich habe eine dunkle... Warte, Kinders, ganz ruhig. Ach, holen die. Huch. Äh, die würde jetzt hier eine Granate zu werfen... Die kam zurückgeflogen, das war das Problem. Ach so. Ja, ist klar, hier drauf gesagt. Wir müssen jetzt auf Distanz gehen, weil sonst hat das keinen Sinn. Oh Gott. Ist hier noch einer? Nee, Attacker. Nee, Attacker. Erste Room ist clear. Okay. Schade. Juhu. Zweite Room ist clear. Oh, oh, oh. Oh, der Witz. Richtig dimmer geworden. Dritte Room... Oh, scheiße. Dritte Room ist er voll. Boah. Klick, klick, klick. Nur Glück, weil die Viecher so blöd sind. Wieso ist das Spiel so Buggy heute? Das ist doch keckel. Liebe Arke Entwickler, ihr müsst mal was an der Intelligenz von den Viechern tun. Oh, was ist hier? Ja. Schade, schade, schade. Habt ihr Glück? Oder an der Intelligenz von denen, die wir vorher drin waren. Ja, aber ganz ehrlich, in den letzten, da hatten wir so Probleme. Vor allem hierbei. Hier sind wir, glaube ich, die ganze Zeit umverreckt. Ja, beim Kinderswehr hat den Compound-Bogen. Ah, Onkel. Hier, ich habe noch ein Metal-Arrow für dich. Wo, 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 wo. Hier bitte. Hier, hier, hier. Hier oben wäre noch ein zweiter Compound. Brauche ich nicht. Ich bleibe im Nahkampf. Noch so viel? Aber die haben überhaupt keinen Bock. Habt ihr die irgendwie auch passiv stehen? Nein. Ich wünsche es wäre so. Komm, morgen paar Alpha-Saber-Tooth. Alpha-Saber-Tooth. Hey! Ups, ich habe die Wand zerstört. Hahahaha. What the fuck? Hahahaha. Lebt der hier noch? Dies im einfachen Gesicht. Ja, du kannst es aufmachen. Wir sind... Oh. Okay. Also hier ist, wie gesagt, noch ein... Komposid-Bogen. Werbe-Bogen. So, bessere Blickwinkel. So. Es ist doch nicht wahr. Ich will... Immer noch... Achso, Fabricate-Pistol. Ja, schön. Oh. Äh, man. Ich brauche ein neues Schwert. Was soll denn der Scheiß? Äh, ich könnte eins geben, wenn du magst. Eins habt. Ja, das wäre nett. Äh. Obwohl ich sie gerade... Ach, kann es meins haben. Wo bist du überhaupt? Ja. Ach, hinterher. In der Hälfte, der nicht um die Kiste rumsteht. Oh, geil. Ja. Sei recht herzlich bedankt. So, ich habe auch den erneuten Zettel, äh... Ne? Was? Oh, schon. Ich muss... Ich muss... Ja, ich habe einen neuen Zettel gefunden. Dieser besagt, wie ist diese Reihenfolge aufgebaut und wie geht sie weiter? Eins. Elf. Einundzwanzig. Eintausend einhundertzwölf. Drei tausend einhundertzwölf. Fragezeichen. Die letzten vier Zahlen ergeben den Code. Ja, okay. Ich bin raus. Ich setze mich hier draußen mal hin. Ich setze mich auf Stille. Ich setze mich auf Stille Treppchen. Ich setze mich auf Stille Treppchen. Ich setze mich mal hier unten in die Kiste, damit man sich das mal angucken kann. Gesammelt. Ja, das ist... Ja, sorry. Ähm... Natürlich. So, ist drin. Gut. Was ist das? Eins, zwei, drei... Mal... Ähm, nur so als Frage. Die Anzahl der Fragezeichen. Ist es auch die Anzahl der, ähm... Endsumme? Eventuell. Ja, ist es. Hä? Wenn jetzt hier jemand eine Lösung hat, dann möchte ich bitte mal erharden, wie ihr wissen, wie ihr das ausgerechnet habt. Aber... Wie wäre es denn mit, ähm... Moment... 3... 3... 1... 2... Nee, warte mal. Nein, nein, nein. 1... 1... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 3... 2... Ach klar, mach dir schon. Vert schon, fraktisch. 1... 1... 1... 1... 3... Ok, nein meine, meine, ist falsch. Ich hab's. Ähm... Was ist es? Warte lass mich erstmal testen bevor ich hier großksi. Bei solchen Zahlenrätseln bin ich raus. Ne, war doch nix. So, eins sind dann elf, plus zehn. Und zehn, bla. Eich. Hey, das gibt für mich persönlich überhaupt keinen Sinn. Lala, ist aber nicht an der Kiste. Okay, vielleicht ein kleiner Tipp. Warte. Ne, kein Tipp, kein Tipp. Nein. Weil ich hab's gleich. Was? Ähm. Ich hab's. Was war's? Eins, zwei, eins, drei. Weil? Hä? Ja, du bist so gut. Du kommst nächstes Mal raus. Das geht's mir nicht. Ja, du bist da oben in deinem Posten nicht so gut. Dann mach ich das wieder. Hm. Und wie kommt ihr jetzt auf diese Zahl? Ja, wie kommt's auf diese Zahl? Erklär doch mal. Ähm. Was seht ihr denn? Also fangen wir mal bei der ersten Zeile an. Da haben wir eine Eins. Ja. Die zweite Zeile ergibt sich daraus, du siehst einmal die Eins. Deswegen Elf. Ja. Was siehst du dann in der nächsten Zeile? Du siehst zweimal die Eins, also 21. Oh, ja. Was siehst du dann? Einmal die Eins, also Elf. Und einmal die Zwei. Also auf einer Zwölf. Dann hast du dreimal die Eins. Alles klar. Und einmal die Zwei. Gott, ey. Was soll denn da drauf kommen, ey? Du kennst einfach zu gut, man. Verdammt. Das ist doch Mist. Janik, du bist das nächste Mal wieder raus. Ja. Ich hab's verüchtet. Janik, du bist raus. Es macht kein Spaß so. Ich bin grad ziemlich froh, dass er drin ist. Ja, ich auch. Sofort springen oder es werden mehr. Warte, warte, warte. Moment. Wohin? Sofort springen oder es... Sofort springen oder es werden mehr. Alles klar. Willst du Bescheid? Open the door to hell. Okay, also das nächste Level gibt's in Wellen. Ja, die nächste Tür macht ihr euch selber auf. Die Pillen ist 1 5 0 0. Und bitte einfach rein springen. Los, los, los. Einfach rein springen. Los. Attacke. Geh doch mal alle nacheinander und er trägt gleichzeitig. Ich pack hier, ich komm hier nicht weg. Verdammt. Oh Gott. Ich bin hier, ich bin hier fest. Hä? Wann ist das letzte Mal? Mehr? Wir kommen in Hellen. Hat er doch gesagt. Ja, aber... Oh Leute, hängt euch doch mal nicht immer am letzten Mal fest. Das ist doch blöd. Na gut, letztes Mal war die auch schlauer. Admin, hier hängt einer. Ja, ich häng hier... Ja, jetzt danke schön. Das ist doch blöd, wenn man das letzte Mal war, das letzte Mal war. Sorry, 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 sorry. Alle. Das Problem ist, dass sie so fixiert auf die Wände sind. Ah, merkst du was? Die müsste Frischfleisch gemacht werden, das ist aggressiver. Frischfleisch. Okay. Gute Idee. Wurste Lovies doch, schweinebocke. Wurste Lovies doch, baby. Wurste Lovies doch, baby. ja auch also wissen wir Bescheid weißt du Bescheid Bescheid da gibt ja noch einer verfolgt Möller letzte Welle ach meine Munition ist alles viel Spaß ich weiß schon was du machst ja ja wie viel denn noch ihr Affen geht mal weg hier ich hatte einen Bettvorleger der war zahmer das wundert mich nicht die Aussage war gerade irgendwie sinnlos ne meine Existenz ist sinnlos ich habe mich selbst genutzt das schaffst du nicht mehr ich hab mich schon selbst genutzt das schaffst du nicht mehr das läuft viel zu gut leider ja aber machte Profis ja weißt du kommst Nero einmal dabei ist der Nero einmal nicht dabei dann läuft es genau oder so schön dass er mitten im Weg stehen bleibt ja ich würde ja auch mal gehen hier weiter ich komme ja nicht der vorderste ist Onkel ja ich komm hier steht ihr die ganze Zeit im Weg und Claudius steht die ganzen Kisten ja und jetzt stehe ich hier mal rum machen wir doch ich habe gerade überhaupt kein schlechtes Gewissen muss ich sagen ach ja jetzt auf einmal mach ganz viel rein mach dir alles voll ich will endlich mal nicht sterben sehen ich bin doch schon auf genug gestorben jetzt ist aber gut ein dünner Moll lebt viel zu gut viel zu lang ja ja weil er sich immer irgendwo hin verdrückt und die anderen gehen drauf ja was ja deswegen wollen wir ja schon deswegen drängen wir ja schon dynamo dass er zuerst raus geht aber dann versteckt er sich trotzdem wieder hinter der Tür und wir sind alle dort ja ich stehe von der Ferne und habe viele getötet ach ja 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 also der Onkel steht gerade vor der Tür mach doch mal auf ja ja ich geh mal voran ne ja was steht denn da was bei uns bei uns verschiebt sich die was bei uns verschieben sich die Wände leider nicht leider nicht leider nicht ja was ist denn jetzt ja ja ich lass den anderen die Führung lauf hinterher so ja viel Spaß in dem Teil was wohl die meiste Arbeit gemacht hat Labyrinth oh Gott das muss ich ehrlich sagen da hab ich gleich mal ein Getülle da da müssen wir jetzt ja wenigstens mal sterben oder oh mein Gott wo ist denn der Dynamo dem lauf ich mal hinterher das hat auch gut funktioniert schon mal schön Labyrinth da sollte man immer zusammenbleiben oder in aller richtung ausschwerben das 2 gut ah sehr gut ich kann schon mal sagen bei mir war Sacker wir sind ja schon da also es gibt verschiedene Ausgänge also verschiedene Dienste ja Ende und ja bitte sammelt euch da wo ihr also sind hinweist sind da angebracht da war da sie halt nix mehr weil hier wird irgendjemanden rauchgrann hat reingeworfen ich folge nur dem Raptor mal überall Surez gay das wir haben in wir aber w bin ich ja alleine was ist los hier hallo der hat eine bazooka jetzt mal ganz ohne scheiß werft ihr die granaten rein das ist ja komplett nervig ja genau ja genau im zweifelsfall im zweifelsfall leute ich stecke fest Hilfe Leute das sieht zu gut von oben aus ja ich warum denn immer ich mann wirst du denn ja wo ich hier Prozent auch sagen wir sind hier ja ich kann ja nicht sein von rechts hinten links so nur so zu sein hier ich würde ja sagen orientiert euch an der Sonne gibt hier noch eine Sonne wobei für die Zelle ja aber 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 oh ihr habt es geschafft dass ich mich in meinem eigenen Labyrinth verlaufe und schon weiß ich wieder wo ich bin ok aber den Geiselrichter also der Onkel läuft als wird er zurück zum Anfang ich hab keine Ahnung ich seh nix hier lauter Rauch nur das geht mal im Sack hier was bei mir ist kein Rauch das heißt wohl dass ich es nicht geworfen hab das heißt wohl dass eher du das geworfen hast weil 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 ich hab hier ne 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 leiter gefunden oh da sind jetzt schöne Sachen drinnen ähm Oh, na das ist mal was Tolles, das nehm ich doch mit. Okay. Okay. Also... Ah, das hast du schon... Ich hab so das Gefühl, ich bin allein in der Richtung unterwegs. So, okay, liebe Freunde. Nein, bist du nicht. Oh, hey. Komm mal, wer da ist. Ja, nice. Das hab ich beim ersten Mal gefunden. Komm, ihr liebe Lieber, aufwärts. So, okay. Wo sind sie? Oh, jetzt find ich wieder die Waffe nicht. Meine. Also ich hab hier irgendwas gefunden, ne? Ich bin durch irgendein Tor. Okay, wir müssen mal langen. Okay, Noxie, stehen bleiben da. Ah, ich bin wichtig. Du hast ein Ende gefunden. Ja, toll. Hier geht's nicht lang. Ein Ende scheiße. Eins von diesen Dingen ist nicht so wie die anderen. Oh, hier ist doch der Anfang. Hier ist die Leiter? Ne. Schade gehofft. Ich weiß nicht. Gehen wir mal hier durch. Hier ist äh... Jetzt, wo ich die geile Waffe hab, weißt du, da ist kein Raptor mehr da. Ja. Hey. 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 Let's go. Oh, wo? Oh. Schon um rein? Ne, waren wir auch schon. Ne? Ne. Hier? Ne. Geht's auch nicht lang. Ah, die Flügel. Die Flügel müssen böse. Wir stehen hier zu dritt sind. Ey. Ja, ich stehe auch bei einem. Alleine. Bitte sammeln, dann geht's auch gleich mal weiter. Steht hier. Ja, wo ist ein Onkel? Oh, hier ist noch ein Leiter. Ist das dieselbe Leiter? Ach, das ist dieselbe Leiter. Ist das bei dir auch? Ihr habt's geschafft, oder? Ähm, hallo? Ähm, bleibt ihr zweimal hier. Ich geh mal gucken. Ich komm auch wieder hier zurück. Ich kenn mich hier aus. Ja, okay. Hast du denn eben noch gesagt, was es denn schon verirrt? Böde. Und zwei Sekunden später muss ich... Ja. Alleine, wo ich war. Ähm. Was? Wo lässt du dein Onkel alleine? Warum lässt du dein Onkel alleine? Tz, tz, das schämt dich. Ja, Onkel. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Ja, weil du den alleine lässt. Ja. Den alleine. Weißt du was für eine Orientierung er hat? Naja, ich weiß sowas für eine Orientierung er hat. Wie ne Bockwurst. Ja, war ich schon. Ja. Mach, hier ist doch geiserig. Ja. Geh schon mal rein. Hier ist doch geiserig. Was heißt doch, ich bin falsch? Nein. Äh. Onkel. Ist so. Oh, ich bin wieder bei der Scheißlager. Und sag bitte hier. Dynamo. Ja, Kio, was soll ich denn sagen? Olli und Sargent? Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist, würde ich dir sagen, geh nach rechts oder nach links. Aber wenn ich dir sage, geh nach rechts oder nach links, kann es immer sein, dass du gegen eine Wand läufst. Von daher. Schwachsinn. Warte mal. Geht sie vorne weiter oder soll ich hier zurücklatschen? Geh nicht. Also der eine Frank ist hier leer. Du bist jetzt da. Oh. Oh. Ein geiles, geiles Labyrinth, Alter. Ja, ich bin der einzige, der am falschen Ende ist. Woher willst du es denn wissen? Ja, weil der Rest von irgendwelchen Schränken spricht und ich hatte hier nur eine scheiß Kiste mit dem Zettel. Tja. Du hast nen Song. Okay, das könnt du vielleicht darauf hindeuten. Und weißt du was noch auf was hindeutet? Die Uhrzeit. Die Folge ist fertig. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Okay. Wir lassen mal Dynamo und Ongel noch bitte weiter rumlaufen. Ja, ich kann nicht. Halt, ich schätze mich. Hallo, Arne. Hallo Dynamo. Wir sehen auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Hoffentlich haben sie dann den Ausgang gefunden. Ich glaube sogar eher nicht. Hallo. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.